Und schon? Ja, ich hab auch was gar nicht mehr geplant. Ja, das ist so. Du? Ja! er hat angefangen der der mit der konnte da hat der 32 gut zwei runden aussetzen natürlich doch irgendwann noch ein paar karten das war gar nicht mehr an kann schlampen kann es die karten oder schlampen karten weiß ja da kommt da wieder der ganzen von baby rüber ist ja genau der gleiche scheiße grün also was man das wort ist sogar die misst natürlich auch noch nicht da können wir ein bisschen aussetzen immer her mit einem scheiß da teilweise ein bisschen was drückt ich wusste dass das kommt ich habe noch gedrückt ich drücke ich habe viel gedrückt bevor ich die karte gelegt hat er ist doch hab ich dass du willst du bist man sicher dass du bist noch nicht hier machen der spieler gesagt du hast dich alles gut das nächste mal auch wenn du mal wieder nicht aufregt ich habe sauer weil ich das gesagt habe oder was das passiert mir ist mir auch schon passiert aber ich gar gedrückt hat das spiel sagt nö ist nicht das ist ja dann kommt nicht das was man haben will äh karte zieht warte schon wieder ich bin doch eh wieder da warte So. Nö, diesmal nicht. Diesmal nicht. Oh, nein. Wie heilweilmusik, ey. Oh. was sind daran so toll scheinbar nicht viel weil der 7 0 modus der macht das spiel die ganze zeit unberechenbar aber du kannst wirklich fast bis zuletzt nicht sicher sein dass das spiel gewinnt manchmal denkst du ja jetzt gewinnt und dann kommt der eine oder so eine 7 rein wie es jetzt schon zweimal passiert ist so bot darfst du nicht mehr spielen ich ziehe hier ja so die andere woran am shisha schlauch hauptsache lange und es kommt was raus das hast du jetzt gesagt du hast wieder komische gedanken aber es ist nicht wirklich was brauchbares auf der hand wenn ich ehrlich bin da hilft dir baby bestimmt gerne dabei dass du es brauchbares auf die handkriegen das hättet das nicht das bleibt genau der gleiche scheiße grün hier ist einfach nicht von dir die karten bekommen sind es ist da echt nur absoluter Mist dabei wird dir Rund besser dich darf nicht mitspielen der bot dafür ja teilweise ich hätte die bisher karten nicht mehr gehabt verdient verdient wenn du dich mitspielen darfst dann kannst du wenigstens kein Umflug anstellen das nebst du völlig zurück geh mal los mit dem scheiß hier oh 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 das geheftige lache doch dabei natürlich das ist so schöne karten und da kommt jetzt die dinge raus ja für vier ich habe ja noch nicht genug ja 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 Äh, dann machen wir es mal so. Natürlich. Warum haut ihr die jetzt hintereinander aus? Hebt die doch auf, Idiot. Gut. Ich kann nichts anderes legen. Scheiße, wir müssen mal los. Das ist eine Überraschung. Es liegt blau und er wünscht sich blau. Ja, ich verstehe den Wort. Das ist auch nicht das erste Mal, dass er es macht. Die Karte rauszuhauen, weißt du? Der haut zwei, drei von diesen Sonderkarten und alles drum und dran. Und haut die nach und nach raus. Ich will die ziemlich... Weitere nicht. Keine Ahnung. Ähm. Wird da immer müde? Bei dem Spiel hier kann man nur müde werden. Ja, aber ich merke auch bei mir tatsächlich ein bisschen. Ich bin auch seit 8 Uhr schon wach. Also freiwillig mehr oder weniger. Ich kann halt nicht länger pennen heute. So, die Karten müssen ja so toll sein. Dann nehme ich mir die mal mit. Ich bin also drei von der Karte. Denkst du das? Vielleicht das auch in der Karte. Schöp. Ja, ich bin... ... ... Ich bin natürlich... ... ... Das war's für heute. Der bot mag mich nicht. Na, kann ich doch irgendwie ab. Ich spiel mal den mal rein mit. Und damit geht es einmal rundherum für alle. Ich spiel mal den Schein. Ich spiel mal den Schein. natürlich hintereinander weg ich komme nicht zum ablegen, ich komme nur zum ziehen gerade ja Einmal in die andere Richtung, bitte. Ja, wieder so ein Zeitding. Äh, da. Kürzer da bisher noch nicht, die habe ich noch nicht bekommen. Kann man auch so spielen. Natürlich mit demnächst, ich glaube, ich habe jetzt drei Stücke hintereinander gefangen von den Dingern. Oh. Oh